Ja, hallo zusammen, grüße euch. Heute ist Nikolaus, der 6.12.2020 und endlich kann ich mal meinen Versprechungen und Ankündigungen jetzt hier Taten folgen lassen, dass ich euch da jetzt ein bisschen was berichte über die Bedrohungsverfügung, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, gibt es auch noch eine Gesundheitsverfügung oder Gesundheitsvollmacht. Ja, das könnt ihr dann gerne schauen bei VK, bei Bichu, die sich den Trailer bei Wake News TV aufrufen. Entsprechenden Link kopieren ab in die Browserzeile und dann sehen und hören wir uns vielleicht gleich wieder. Tschüss.